... bis zum Skilift und immer der auch hier, wo man nicht konfrontiert wird, den Sprichentakt wird auch wieder heim. Das heißt, die Skitourgeher haben auf jeden Fall die Möglichkeit, dass sie klimaneutral anreisen, auf 500 Grad anreisen, bis zu steigend und umfänglich preisbeträgt und dann öffne ich wieder auch so. Im Reakosten für den 2. Jahr wird die Förderung dann auf 80% reduziert und ab dem 2. Jänner sind 70% vereinbart. Zum Sport. Mit einem Unentschieden in der Fußball-Champions-League sind wir auf einer Sitzbezahlen. Zweitens wird sie aus dem Anliegerin. Die Nationalschlussspielerinnen aus Salzburg haben sich im 8. Jahr 2 zu 2 zwischen Bayern München und ASU in der Kriegsklasse. Zweitens wird sie bei den Ballern durchgespielt. Zweitens sind wir jetzt für die Runde mehr als 70 Minuten auf dem Platz gewesen. Auch in den nationalen Rücken zählen die beiden zu den Stammspielerinnen und sind mit den Klubs auf Platz 1. Die Wetteraussicht. Jetzt Claudia Schneider für Sie. Ja, heute haben wir mal einen ruhigeren Herbsttag. Zeit war saisonig, vor allem am Vormittag. Ab Mittag zieht es dann schon wieder zu und die höchsten Temperaturen liegen zwischen 4 und 11 Grad, bleibt aber bis zum Abend trocken. In der Nacht auf morgen erreicht uns die nächste Kaltfront. Von Nordwesten her breiten sich der kräftige Regen- und Schneeschauer aus. Morgen wird ein turbulenter Tag deutlich gelter. Mit Regen, mit Grauben, mit Schnee und viel Sturm. Es schneit auf bis zu 700 Metern morgen im Tagesverlauf, aber am trockensten bleibt es morgen immer noch. In der Stadtsalzburg ist jetzt 4 Grad und zeigt sich wieder 0 und in Mittelsen Minuskategorie. 7.37 Uhr, das ist aktuell los auf den Straßen. 10 Minuten länger warten Sie Richtung Stadtsalzburg. 10 Minuten länger warten Sie Richtung Stadtsalzburg. Hauptbahnhof. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.